heiho bossen x freunde wir spielen heute bossen x wer hätt's gedacht und wir haben hier oprah jim das kann man großartig zu den spiel sagen das ist so ein alltägliches scheißspiel dass man für ein paar cent auf steam erwerben kann habe ich zumindest gemacht aber das ist auch cool weil man da hüpfen kann auf so weißen epilepsieartigen sachen ja auf jeden fall darum geht es halt diese blauen steine zu betreten und dann diese prozente oben rechts zu generieren die roten sind böse die verschwinden das sind sozusagen die bad boys der plattform ja ich habe mir eigentlich kein richtiges thema für diese folge ausgesucht aber mal gucken was ich hier habe dies ist eindeutig zu lang zusammen hier ja das ist voll langsam ich glaube es ist auch die leichteste stage ich kann ja mal währenddessen ich spiele auch ein paar witze vorlesen weil ich so multitasking fähig bin ja also fangen wir mit den ersten witz an warum unanier taubstummel mit der linken hat weil die rechte hand brauchen sie doch zum stöhnen machen wir den nächsten witz zwei blondien kochen kaffee zwei liter heißes wasser bleibt übrig sagt die eine komm das heiße wasser frieren wir ein zwei liter heißes wasser kann man immer mal gebrauchen jetzt kommt der dritte was ist das schwarze zeug unter elefanten füßen langsame eingeborene so jetzt kommt der vierte und letzte witz den ich für heute vorlesen was haben ein papagei und ein schmuler gemeinsam beide haben eine beschissene stange ja also das waren die besten witze die ich jemals gelesen habe wie wir gerade gesehen haben habe ich 215 prozent in der zeit geschafft machen wir mal eine schwere stage also die hier die scheint wohl zu easy für mich zu sein ich schaffte ihn einen durchgang wahrscheinlich seht ihr zu easy ich habe so schnell geschafft dass ich aus der map glitsch bin ja voll geil versuchen wir es noch einmal noch einmal noch einmal noch einmal versuchen wir es noch einmal bis wir gewinnen auf jeden fall ist das voll das coole spiel wie gesagt es gibt es auf steam und ich bin gestorben ich meine ich bin aus der welt gebacken und habe das level zweimal gemacht ich nehme mal jim gordon jetzt ja toller start machen wir weiter das level scheint leichter zu sein ich habe das spiel blind gestartet deshalb habe ich auch so viele prozent wir neigen uns langsam dem ende dieses part zu wahrscheinlich bewerten kommentieren es ist obst im haus bleibt alles so wie es hier ist und es wird hier nichts dran rütteln egal ob du hier bist und nicht nein das ist doch eine schnauze du oberpartikel sonst kriegt ihr gleich einen auf den schnauze